der ersten charakter test ja wie auch gesagt haben im vorbericht ich habe überhaupt keine angst vor dem aktuellen vfb ich habe nur angst davor dass der vfb vielleicht doch wieder in den zeiten zurückfällt von dem alten vfb wie letztes jahr da war ich ein berlin das 2 0 also ohne witz von dem her die 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 gefahr hängt immer noch im hinterkopf aber der aktuelle vfb macht mir gar keine angst vor heute mittwoch verkrankt mit auch wirklich komplett krank so was habe ich auch also die in der durchgängigkeit nicht erlebt gegen köln war natürlich krasser am ende bis 21 gegen köln aber in der durchgängigkeit von beginn an das gesamte stadion das war schon krank aber ich meine muss man sagen du spielst ja auch nicht 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 alle tage mal in pokal halbfinale das kommt bei uns ja jetzt doof sagt alle zehn jahre mal vielleicht schöner ball von anton wagnoman ja girassi abschluss gehalten nachschluss war abseits von mio aber erster guter abschluss von girassi auch schwer zu nehmen muss auch halten christensen aber die erste gute offensiv aktion vfb wechselgesang atmosphärisch hört sich das an als wäre das gefühlt bei uns zu hause es wäre es hier gerade kanzler kofi oder türkamer kofis gegenseitig zurufen richtig geiler support doch so sah der schenken ecke jetzt so sah der ball kommt hoch er gebe im kopf hin aber köpfen halt nicht zum keeper oder sondern köpfen halt drei meter ins aus und zur ecke das ist das ist eine geschenkte ecke für die hertha eine geschenkte ecke noch mal die flanke 1 0 hertha natürlich ist es kämpf natürlich ist es auch noch kämpf und ich weiß ja es ist sehr einfach so was dann immer raus zu besauen und und doof spieler für spieler spieler für irgendwas zu beschuldigen aber das tor geht auf so sah die ecke war komplett donatet komplett gespendet und geschenkt von so sah und dann geht halt kämpf rein wuchtiger kopfball an zwei drei verteidigern vorbei aber der das ding ist komplett geschenkt ist das unnötig das könnte sich auch schön komplett hinten rein stellen jetzt können seit da drei und abstiegskampf fußball spielen die hertha das gute für uns ist ja dass wir moral zeigen wir sind aktuellen verein der moral zeigt ich habe jetzt im vergleich zur letzten saison nicht so viel angst davor dass das spiel vorbei ist sondern wir haben moral das tut uns glaube ich nicht weh dass er dann tor kassier ist kann immer passieren also hier ist noch lang nichts vorbei letztes jahr wäre was vorbei gewesen da war es auch vorbei nach dem 1 0 bei der hertha aber jetzt wir haben moral wir haben comeback qualitäten jetzt kann man sich noch mehr hoffnung machen eckball kommt ja wo hat der platz schon mehr hat der platz ecke fliegt rein komme ich ganz hin und dann prallt der ball auf elf meter frei fuß tor mir läuft so zeitlich mit links hin und haut inhalt grad aus ins aus das war eine auch eine völlig falsche schusshaltung eine ganz komische schusshaltung das war quasi in elf meter gerade der den mio da hatte war mit ein bisschen mehr ernsthaftigkeit mit ein bisschen mehr mehr wille zum tor das war hergeschenkt die chance die war hergeschenkt hoch aufs osa jetzt bringt meine gute flanke mit rechts rein ja wagnoman ja 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 ich habe leichte ab ich habe leichte abseits angst vielleicht ist sie aber nur da weiß er immer da ist geiler ball geiler ball von hiroki ito runter auf wagnoman und er legten auf die rassi wir schauen mal drauf dass nirgends abseits war an ihm war so saß geiler ball niemand bei ihm und ja dabei ist nach hinten der ball ist nach hinten abgespielt davor zählt 1 1 girassi zählt sträflich freigelassen wagnoman sträflich freigelassen der bleibt cool legten zurück girassi netz 1 1 wichtig unfassbar wichtig vor der halbzeit nach dem aktuellen spielverlauf auch dass das das faire ergebnis hier hat es keiner aktuell verdient zu führen also wir auch nicht nach unten ist hier bisher absolut richtig was zagadu da ständig macht wie gesagt ich will ihn ja gern verteidigen es ist kein elfmeter das ist in keiner welt ein elfmeter aber was der da immer macht was der ständig macht es ist immer gefahr da bei jedem zweikampf bei jedem ball der richtung zagadu fliegt es ist immer angst da dass da irgendwas ist im 16 das ist unfassbar der kann noch so gut spielen wie er will gegen kladbach war es für mich ordentlich gegen frank und was mich ordentlich gespielt hat er kommt immer besser rein zagadu immer noch erst klub 23 der so alt wie ich immer noch großes talent da hinten drin aber der hat wirklich eine dauerhafte gefahr da hinten drin elfmeter zu verschulden das ist unfassbar luke parker gegen sosa hat wahrscheinlich so ein bisschen viel gerutert mit dem arm unglücklich unglücklich ist ein zweikampf unglücklich jetzt freistöss noch mal härter als auch nicht nötig luke parker jungs wirklich also als das jungs ist mal ehrlich als ist ja so amateurhaft wirklich mit der letzten aktion vor der halbzeit kassierst du es 21 scharfer freistoß rein falls sind auch gar nicht produzieren muss wenn der arm weg ist von sosa die vielleicht auch noch entscheidend dran durch die beine von preto machst du nix ito klärt aber hinter der linie es war ohne spaß ist halt wirklich einfach nur noch maximal dumm sich so tore zu fangen letzte aktion vor der halbzeit es ist so maximal dumm es ist maximal dumm du kannst ja mehr du kannst nicht mehr mehr reagieren du kannst nicht mal mehr reagieren vor der halbzeit pause schlimmer wird es nicht mehr wirklich dümmer kannst du kein tor mehr fangen 60 wo wir werden jetzt hier halt über 30 minuten lang die ganze zeit anlaufen 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 wo wird das wird das eklig jetzt 76 der meine fresse man uns rennt die zeit zu bodenlos weg jungs warte auf alter jetzt gibt noch mal gas meine fresse noch mal wir sind zwar keine standard experten aber komm sag du fast wo er wagt nun mal an wagt nun mal an das war auch sehr krise wenn man da den ball verliert dann rennen die halten konnte guter abschluss auf die kurze ecke klar kann auch ablegen aber passt eckball weitermachen vfb fans sind voll da vfb fans sind voll da macht was jungs führe ich vielleicht mal ganz nach rechts ja milio nimmt ihn schön runter wagt nun mal an können jetzt flanken die flanke kommt oh perea kommt da fast hin ja endo hau rein das ding nein geile flanke und perea kommt fast vor christensen hin endo fängt den ball ab guter abschluss boah einen halben meter am fosten vorbei man jetzt brauchen wir wieder einen lucky punch jetzt brauchen wir wieder einen lucky punch das ist unfassbar es tritt genau das ein wovor ich angst hatte dass du bis zum schluss in rückstand stehst und blind an rennst und das matchschlück brauchst flanke nio kerasi sagadu führig noch mal führig herzlich willkommen im abstiegskampf ich versuche mich trotzdem an einem spielfazit ganz insgesamt gesehen musst du hier im leben nicht verlieren das ist für mich auch am ende des tages auch wenn es kein was bringt aber es ist am ende des tages kein verdienter sieg für die hertha das wird das wird keine statistik zeigen das wird nichts nichts zeigen erste halbzeit war auf augenhöhe beide fehler hinten beide fehler vorne 1 0 dumm verschenkt durch den eckball und her geschenkt hast 2 1 vor dem halbzeitpfiff natürlich zum absolut dümmsten zeitpunkt den es dir fangen kannst 1 1 war ganz schön rausgespielt und zweite halbzeit dann eben weil die hertha ja in die halbzeit reingeht und 2 1 war es klar dass du 45 minuten lang nur an rennst die hertha nur auf fußball verweigern geht die hertha nur auf verwalten geht auf abwehr geht ist auch alles in ordnung also ist logisch dass sie so machen schön finden muss man es nicht man kann auch anders abstiegskampf spielen aber es ist logisch dass sie so tun um das auch mal zu sagen und dann haben wir halt ja nicht genug druck gemacht wir hatten unsere sehen wir hatten chancen keine klasse klar wir hatten unsere sehen unsere chancen der zweiten halbzeit auch es ist halt genau das passiert wovor wir ein bisschen angst haben konnten der alte vfb ist zurück in so spielen halt dann an zu rennen das tor nicht zu machen und das spielglück nicht auf seiner seite zu haben das hatten wir heute alles nicht bei uns alles nicht der alte vfb war in der hinsicht zurück und eben statistik bestellt sich wir gewinnen in bei der hertha gefühlt nie das eine mal da während lockdown war ja aber vor fans gewinnen gefühlt nie ich war wirklich sehr sehr optimistisch vor dem spiel ich war sehr sehr glücklich vor dem oder glücklich gerade völlig durcheinander im kopf sorry ich war sehr optimistisch sehr zuversichtlich vor dem spiel ein punkt hätte uns auch sehr viel mehr geholfen als der hertha ein punkt war hier definitiv drin ein sieg wert im sieg ein punkt wäre drin ein punkt wäre auch verdient gewesen über 90 minuten aber so ist ein abstiegskampf so ist halt sich aufopfern das ist härter unter dadai aktuell und jetzt sind wir wieder komplett auf den fußboden zurück welche gute phase gehabt unter hoeneß inklusive auch das frankfurt spiel war alles alles gute spiele gewesen alles gute phase gewesen auch heute fand ich es kein schreckliches spiel von uns es hat einfach vorne das tor gefehlt vielleicht ein bisschen mehr offensiv drang noch gefehlt der punch gefehlt das spielglück gefehlt zu lang angerannt das tor nicht gemacht und irgendwann läuft die zeit davon dass es passiert und jetzt müssen mal gucken die hertha nächste woche in köln ist es glaube ich wenigstens bochum noch unter uns wie gesagt relegationsplatz aktuell wegen besserem torverhältnis das verhalten spiel wo du mindestens einen wenn ich eigentlich ja drei mitnehmen muss jetzt muss halt die drei punkte oder den einen punkt irgendwie halt bei den spielen gegen leverkusen und beim spielen mainz irgendwie zurückholen den leverkusen punkten vielleicht in mainz punkten vielleicht und unten vielleicht irgendwo auch gewinnen schalke hat es in mainz geschafft leverkusen jetzt gegen köln verloren außen nichts auch wenn wir gegen die sonst nie was holen wir müssen uns ja wieder sachen zusammendichten leider das spiel wirft uns komplett zurück ich hoffe dass das das spiel die mannschaft nicht zurückwirft weil wir sind trotzdem in einer guten phase die moral ist da das team ist da heute war unglücklich war für mich auch kein verdienter härter sieg aber halt ein erkämpfter härter sieg der punch hat gefehlt das letzte tor hat gefehlt der aussag hat gefehlt der spiegel hat gefehlt ich hoffe dass jetzt auch kein 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 krachender punkt ist und wir wieder gegen volks gegen volks gegen leverkusen einfach eine gute leistung bringen oder von beginn an da sind die fans werden von beginn an da sein dann müssen wir halt gucken wir müssen jetzt halt die den einen punkt den vielleicht drei punkte die wir verloren haben hier die wir auch irgendwo eingeplant hatten eigentlich bei der hertha dann halt gegen mainz und gegen leverkusen sammeln und hoffen zu hause letzter spieltag bleibt weiter auch absoluter pflicht sieg das ist mehr es brutal schade ich hatte heute was ganz anderes erwartet ich hatte heute viel mehr hoffnung dass zwischen absoluter rückschritt aber hoffentlich keinen tiefpunkt im sinne von die mannschaft lässt sich davon irgendwie krass beeinflussen und die fanschaft lässt sich davon krass beeinflussen weitermachen weiter noch spiele vor sich wo man sachen in der hand hat wo was geht natürlich alles andere als ein schöner nachmittag ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020